Hallo zusammen, ich bin Klaus. Halloween ist fast da und Luminar Neo feiert es mit einem tollen Angebot. Besonders interessant mit der neuen Luminar Neo Version, die es seit dem 10. Oktober gibt. Wenn euch Näheres dazu interessiert, könnt ihr euch mein Video dazu hier oben ansehen. Vom 25. Oktober bis zum 1. November könnt ihr ein Luminar Neo Jahresabonnement plus ein kostenloses Paket mit Presets, Himmeln und Lads für nur 59 Euro bekommen. Die Luminar Neo Lizenz auf Lebenszeit plus das gleiche Zusatzpaket kostet im Halloween-Angebot nur 99 Euro. Diese Lifetime-Lizenzen enthalten garantierten Zugang zu allen Luminar Neo-Funktionen bis Ende des kommenden Jahres. Erst dann könnte ein Upgrade für 2026 notwendig werden. Dieses Zusatzpaket enthält unter anderem 10 Lads zum Thema Stadtkulissen 10 Lads für abgestufte Farbakzente 10 Presets warme Herbststimmung 30 hochwertige Himmelvorlagen aus Patagonien 30 Nachthimmel Und 25 mystische Himmel Darüber hinaus Presets zu Familienfeiern Und zum Thema Gothic Aesthetics Oder sind das Look-up-Tables? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ach, egal. Es scheint ein interessantes Zusatzpaket zu sein. Ich habe die Einzelpreise mal addiert und bin auf einen Wert von etwa 200 Euro gekommen. Wie immer findet ihr den Link zu diesen Angeboten in meiner Videobeschreibung. Und ich freue mich, wenn ihr meine Links benutzt. Bei einem Kauf erhalte ich eine geringe Provision. So könnt ihr meinen Kanal unterstützen, ohne dass es euch auch nur einen Cent kostet. Im Gegenteil. Ihr könnt auch bei den Halloween-Preisen weitere 10% sparen. Unter dem Link zu den Angeboten findet ihr den Rabattcode. Skylum hat dieses Halloween-Angebot für den 25. Oktober angekündigt. Das wäre für mich heute. Zu welcher Uhrzeit das sein wird, das kann ich nicht sagen. In der Vergangenheit wurden solche Angebote in Europa erst am Nachmittag veröffentlicht. Seht ihr also noch die alten Preise? Dann wartet bitte einfach noch ein wenig. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja schon bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.